Passionsblume, Passifloracea roulea Die großen Blüten der Passionsblume sind wundersch Absatzzeichen in anzusehen und es gibt sie in vielen verschiedenen Arten. Die in wärmeren Gegenden Amerikas heimische Kletterpflanze wird in Mitteleuropa gerne als Zimmerpflanze kultiviert, weil sie so als CH-Absatzzeichen in aussieht. Die beruhigende Wirkung der Passionsblume war schon den amerikanischen Ureinwohnern bekannt, die sie gerne als Heilpflanze verwendeten. Auch in der europäischen Heilpflanzenkunde wird die Passionsblume gerne gegen Schlafs-Absatzzeichen rangehen verwendet. Die Passaussenblume wirkt auch Krampf- und Angstle-Absatzzeichen sind, sodass sie auch gegen zahlreiche Nerv-Absatzzeichen S-Bedingte Gesundheitsbeschwerden verwendet werden kann. Tee aus der Passionsblume Im Absatzzeichen können sie Tee aus Biopassionsblume trinken? Hauptanwendungen Schlafs-Absatzzeichen rangehen, Heilwirkung Adstringierend, Angstle-Absatzzeichen sind, beruhigend, Krampfle-Absatzzeichen sind, schweißtreibend, Anwendungsbereiche Augenringe, Bluthochdruck, Herzrhythmus-Absatzzeichen rangehen, Herzrasen, Herzneurosen, Durchblutungs-Absatzzeichen rangehen, Nervositä, Reizdarm, Reizmagen, Schlaflosigkeit, Ängste, Wechseliersbeschwerden, wissenschaftlicher Name Passiflora incarnata, Passiflora cerulea Pflanzenfamilie Passionsblumenüchse, Passiflora se Englischer Name Passionflower Volksmilichnamen Verwendete Pflanzenteile Das ganze oberirdische Kraut Inhaltsstoffe Flavonoide, Vitexin, Kumarin, Umbilifron, Maltol, Harmin, Passiflorine, Stigmastol, Sietstol, Luthiolin, Chemphrol, Sammelzeit Passionsblume Passiflora cerule Passionsblume kann man wahlweise als Tee oder als Tinktur anwenden Die HFX der Art, Passionsblume anzuwenden ist als Tee, HFX auch in Teemischungen Tee Fr einen Passionsblume-Teeberg gießt man 1-2-Tee-Absatzzeichen Fehlpassionsblumenkraut mit einer Tasse kochendem Wasser und der SST in 10 Minuten ziehen Anschließend abseihen und in kleinen Schlucken trinken Von diesem Tee trinkt man 1-3 Tassen Tee glich Wie bei allen stark wirksamen Halbutern sollte man nach 6 Wochen Daueranwendung eine Pause einlegen und vorbegehend einen anderen Tee mit Tlicher Wirkung trinken Anschließend kann man wieder 6 Wochen lang Passionsblume-Tee trinken Durch die Pause werden eventuelle unerwünschte Langzeitwirkungen verhindert und die erwünschte Passionsblume-Wirksamkeit bleibt erhalten und lässt es Tee nicht durch Gewe-Absatzzeichenung nach Um eine Passionsblume-Tinktur selbst herzustellen, bergießt man Passionsblume in einem Schraubdeckelglas mit Doppelkorn oder Weingeist, bis alle Pflanzenteile bedeckt sind, und der SST die Mischung verschlossene Fr 2-6 Wochen ziehen Dann abseihen und in eine dunkle Flasche abfällen Von dieser Tinktur nimmt man 1-3 Mal täglich 10-50 Tropfen ein Wenn einem die Tinktur zu konzentriert ist, kann man sie mit Wasser fütten Fr 1 Home Absatzzeichen Opatische Ohrtinktur wird die frische Pflanze verwendet Fr 1 Normale Tinktur kann man getrücknete Pflanzenteile verwenden Beides FHRT zu einem entspannenden Mittel gegen Schlafstab-Absatzzeichen rangehen Innerlich Passionsblume kann man innerlich, als Tee oder Tinktur gegen Schlaflosigkeit einsetzen Außerdem hilft Passionsblume gegen Nervosit, Tee und Unruhe jeder Art Ein besonderer Aspekt der Passionsblumenwirkung ist ihre Angstl-Absatzzeichen-Senderfähigkeit Man kann die Passionsblume also auch einsetzen, um Stizze lindern Auch nervig bedingtes Herzrasen oder Herzhytmus-Absatzzeichen rangehen werden durch die Passionsblume abgemildert Besonders beliebt ist die Passionsblume auch in den Wechseljahren, weil sie einige Phytohormone und LT, die Wechseljahrsbeschwerden lindern Da die Wechseljahre oft mit Schlafstab-Absatzzeichen rangehen und Unruhe einhergehen, passt die Passionsblume hier besonders gut Symbolik Passionsblume Passiflora Passiflora Zerulea Der Name Passiflora und auch die deutsche Besetzung Passionsblume soll an die Passion von Jesus erinnern, also an die Kreuzigung Die nach Amerika eingewanderten Jesuiten, die die Passionsblume kennenlernten, sahen im Aufbau der Blüte mehrere Symbole FR die Passionsgeschichte Die FNF-Kelch und Kronblüter, die Blütenblüter, symbolisieren die zehn bei der Kreuzigung anwesenden Apostel Der Strahlenkranz, auch Nebenkröne genannt, symbolisiert die Dornenkröne von Jesus Die FNF-Staubbeutel symbolisieren die Wundmae Christi Die drei Griffe mit den Narben symbolisieren die Kreuzigungsengel Der Fruchtknoten symbolisiert je nach Auslegung den Essigentenschwamm, der Jesus bei der Kreuzigung gereicht wurde oder den Kelch des Abendmahls Die Ranken der Pflanze symbolisieren die Geißel B-Elter mit FNF-Lappen symbolisieren die Hane Jesu B-Elter mit drei Lappen symbolisieren die heilige Dreifaltigkeit Ungelappte B-Elter symbolisieren die Lanzenspitze, mit der Jesus verletzt wurde Pflanzenbeschreibung Passionsblume Passifloratzerulea Die Passionsblume ist vorwiegend in Amerika heimisch, manche Arten auch in Asien und Australien In Mitteleuropa kommt die Passionsblume haarfig als Zimmerpflanze vor, denn sie ist nicht Frosthalt Die Passionsblume ist eine Schlingpflanze, deren Stängel bis zu FNF-Meter lang werden Die Stängel sind DNA-N, gerillt und trankfähig In den Blattachseln wachsen zudem Ranken, die sich ringeln und stark zusammenziehen Die B-Elter sind dreifach gelappt und gehirnzen dunkel an auf der Oberseite In den Blattachseln der jüngsten B-Elter wachsen die großen Blüten Die Blüten werden bis zu 8 cm groß und sehen sehr dekorativ aus Die Blütenblüter sind je nach Art weiß, Violett oder R-Absatzzeichen glich Innen haben sie eine Rennenkrone mit Nenblütenblütern Die Rennenkronenblütenblüter bei der Art Passiflora in Cannata sind deutlich jünger als auf den Bildern dieser Seite zu sehen Die Befruchtungsorgane, Dreinarben und FNF-Staubgifse, stehen stark nach vorne ab Die offizielle Heilpflanzenart der Passionsblume ist die Art Passiflora in Cannata Die auf den Bildern hier abgebildete Art Passiflora Zerulea ist hauferig als Zimmerpflanze echtlich Sie enthält hier in etwa die gleichen Inhaltsstoffe wie Passiflora in Cannata und kann daher auch ersatzweise als Heilpflanze verwendet werden Eine weitere Art der Passionsblüme bildet die beliebten Maracuja-Füchte Was oben los sind die Hauptsitzende? Das heißt, ich brauche hier. Untertitelung des ZDF, 2020